Hallo! Du siehst sie, oder etwa nicht? Ich nicht, tschüss! Komplett unbeteiligt. Was? Was sehe ich? Die Geschöpfe, die jedem folgen. Die Geschöpfe, die jedem folgen. Die Schatten? Die Schatten? Meinst du die Schatten? Hm, ich kann sie nicht sehen, aber ich weiß, sie sind da. Du weißt, was sie sind? Ich wünschte, das täte ich nicht. Ich glaube, ich wünschte, das täte ich nicht. Ich wünschte, ich würde sie nicht sehen. Meinst du gerne? Ich liebe es zu meinen. Ja, ich liebe es auch, aber erzähl mir mehr über die Schatten. Stift, ein Stift. Ich will einen Stift finden. Ich male die ganze Zeit. Ich will meine Katze finden. Was malst du? Ich will meine Katze finden. Mal eine Katze, wenn du keine hast. Ich könnte eine Katze malen, aber ich will meine Katze finden. Deine Katze ist in Gefahr. Die Schatten nahmen ihn. Ich weiß es. Wer hat dir das gesagt? Der, der mir folgt. Tschüss. Okay. Gleich meine Pille schlucken. Er nimmt dir das unschuldige Kind in dir und verzehrt es. Niemand glaubt dir, obwohl die Wunden bluten. Du solltest dir nicht die Schuld geben. Sei still. Okay. Das bringt uns nicht weiter. Ich dachte, jetzt könnten wir vielleicht den Geist fragen, was hier los ist. Das Labyrinth. Da dürfen wir nie spielen. Wow, der Nebel ist echt dicht heute Nacht. Ich wünschte, ich könnte mich darin verlaufen. Ähm. Du bist mein geliebter Freund. Bip, bip, brumm. Wenn du mich umarmen willst, versuch mich zu fangen. Aber ich hab dich gefangen. Du kannst mich nicht fangen, weil du mich nicht gefunden hast. Oh. Der König mag... Zeichnungen. Der Thron ist leer. Achso. Wir können nur reingucken. Okay. Huch. Huch. Da bist du. Du sollst in deinem Zimmer sein. Die Tür war zu. Sie haben sie offen gelassen. Ich bin mir sicher, sie war nicht offen. Ich weiß es, weil ich sie abgeschlossen habe. Sind sie sich sicher? Sind sie sicher? Sie haben gesagt, ich solle essen gehen. Hm. Hab ich? Na gut. Dann mach weiter. Also ich muss sagen, ich stehe ein bisschen auf die Ansicht mit dem Peen. Das ist ein bisschen... Ein bisschen bunter. Eine blutende Uhr. Als ob die Zeit kaputt wäre und stehen bliebe. Hallo da oben. Ihr Kleid ist sehr schön. Oh, diese Uhr klingt komisch. Es fühlt sich an, als ob sie direkt in mein Ohr flüstert. Hm, hm. Kann ich hier sonst noch irgendwas entdecken? Dieser Zaun ist sehr abgeschlossen. Sehr. Nicht einfach nur abgeschlossen. Sehr abgeschlossen. Was ist das? Ich frage mich, wofür das Blinklicht... Gut, das hat mich auch gerade gefragt, Fran. Ich könnte lächeln, mich verbeugen und die Schwester bitten, zu öffnen. Andererseits denkt sie dann wirklich, ich sei verrückt. Ja, wahrscheinlich. Okay. Was ist hier? Hey, Hände weg von der Bürotür. Okay. Ähm. Fillmore. Das wird... Okay, und bei uns ist noch kein Haken. Bei Charles ist kein Haken. Okay. Drei Schüler haben... Drei Schüler. Drei Kinder haben einen Haken. Das ist der Büroschlüssel. Er muss es sein. Aber wie komme ich ran? Hey, was schaust du dir da an? Der... Ah, Mist. Wenn ich ihn jetzt... Extrem abgeschlossen. Ja, ist echt so. Ähm. Die Sache ist, wenn ich ihm jetzt sage, dass ich gerne den Schlüssel hätte, damit ich ins Büro reinkomme, hätte er mich für verrückt. Äh, nichts, denke ich. Du kannst also denken. Du solltest daran denken, hier zu verschwinden. Geh da, wo ich will. Werde ich. Tschüss. Ich komme an dieses kleine Finstel nicht heran. Ah, wie sieht es denn damit aus? Das ist so.